Willkommen da draußen an den Zuschauerplätzen. Willkommen zu einer neuen Folge Worms. Mit jedem angenehm Team, fünf Wurm-Mann und der dicken Wurm-Challenge. Und mit dabei der Domi und die Alina. Dann sagt man nicht, hä, dann sagt man, hallo. Wir werden in einer Höhle spielen. Bei Darkseid. Gefällt mir. Da fehlen nur noch... Hierbei... Ach, dieser Tröppel lacht irgendwie. Ich bin noch sauer. Oh, ich darf... Oh! Äh, Babylon. Äh, alias Alina. Also... Da hab ich den Domi auch nicht mehr genießen. Wenn jetzt der... Ah! Ah, der ist dran. Ja, komm. Domi, bitte spiel ernst. Oh! Oh! Lol! Domi ist besser Zug aller Zeiten. Ich glaube, das wird der Zug mit dem... Schlag Domi da runter. Domi, geh zum 58er... Du kannst mit der Bazooka nicht umgehen, ne? Nö. Geh hin zum... Oh, du bist so ein Lappen. Wieso? Ui, der ist tot. Ui, 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 ui. Ui, der ist auch nicht. Jetzt stirbt einer auch. Durch den Schaden. Haha. Der ist auch durch. Ja. Was läuft hier eigentlich? Oh, jetzt kriegt Domi hier... Oh. Ich hab nur noch drei Würmer. Ist das euer Ernst? Ist das euer fucking Ernst? Nimm das. Ihr Lappen. Ihr Lappen. Ich hab nur noch drei Würmer. 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 Was ist gefährlich? Was ist gefährlich? Was ist gefährlich? Der schlupst an? Nein. Ich mach so, warte. Bam! 60 Schaden! Ich hab all den 60 Schaden gemacht! Domi, dieser Lappen! Ja! 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 Domi hat sich bewegt! Ja! 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 Da wird möglich sein! Ja! 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 Ich habe einen Schlamm! Musst du halten? Hab ich? Man muss gar nicht halten. Man muss nicht schreiben, wo man hitties will. Von wie du bist. Jetzt kommt die felsis Jahrhundert, wenn man den Seemoll jetzt noch dran gehört. Mehr dran! Jetzt, jetzt! Du musst ganz nah dran sein. Er hat schon. Er hat schon geschlagen, bevor er überhaupt getroffen hat. Hier wären die kleinen Pennerin. Ja genau! Die gönnt sich erstmal, die Tante. Hör mal auf Donnie! Wurm aus Donnie. Oh Mann. Warte mal. Ich konnte doch theoretisch... Dann würdest du Doppelschaden bekommen. Donnie stirbt jetzt! Achtung! Oh oh oh! Das waren 110 Schaden. Ne, 98. Nein, da hat mein Schutz verstorben! Und mir richtig viel Schaden gemacht. Hier Doppelschaden. Hup my mind to the test. Hör nicht runter! Da kriegst du doch Schaden. Oh, die schießt in der Basuka. Oh, jetzt macht sie es sich einfach. Ja genau! Oh, dieses kleine Ohre-Mädchen, ne? Wow! Ein bisschen... Ja! Das ist ein schöner Punkt. Das öffnet sich nicht, wenn ich daneben stehe! Ja! Es hat sich nicht geblieben! Aber wenn du dich bewegst, dann kriegst du es doch mal nicht, weil es noch nicht offen ist. Gut. Jetzt kann ich dir beweisen. Verpisst dich erst mal. Tickets, please! Ich muss sie wollen! Haha! Oh, das ist keine Ohren-Mädchen, ne? I concur! Donnie ist... Tipp, f*** dich nicht mehr weg! Donnie, kleiner Tipp, f*** dich nicht mehr weg! Donnie, kleiner Tipp, f*** dich nicht mehr weg! Zum Beispiel, wie ich die Folge nenne. Alina, die Rune-Dote! So lustig! Du bist doch mein Color-Sense, ne, Moana? Du mögst es nicht. Du mögst es nicht. Du mögst es nicht. Ja, was haben wir denn hier geschült? Da. Mmh. 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 Manno ist wieder nicht. Pfff! Der hat sein noch da. Da, dann so. Und jetzt! Komm, runter, runter! Ich bin dran! Haha, hat sich nicht ausgelöst! Ihr Lappen! Oh, guck mal, was ich hier schönes hab für euch! Habt Spaß damit! Und jetzt stirbt einer von euch! Und der andere... Oh ja, und jetzt sterben die beiden auch! Und... Tschö bitte! Und Alina? Nein! 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 Alinas Lack nenne ich die Folge! Dominik! Oh oh! Explosionen in der Mall! Ich hab' mir vertreten, wenn du dir was machst, du! Hätt' sich einen Schaden... Oh, dieser Lack geworden! Dominik hat übrigens zwei Informationen gemacht. Und sie stinke socken so. Der hat mich durchgekitzelt, er hat ihn auf sein Bett geschlägt und dann habe ich deine Socken gesehen. Jetzt komm! Komm, komm, komm! Ja, schön! Was ist jetzt? Du hast mich nicht getroffen und ich bin nicht unter Wasser. Ja! Die Waffe ist natürlich cool. Welche ist das? Schaf haben wir! Oh, oh, oh! Lackermädchen! Er ist dran! Er lässt den Wurf da oben. Wollen wir nicht einfach zwei Würmer machen? Er wird sich immer selbst tun. Ja, schieß! Schieß einfach! Schieß einfach drauf! Nein! Schieß drauf! Schieß drauf! Jetzt! Ja, schieß! Ah, wir sind weiter nach rechts! Oh, nein! Ähm, du weißt schon, wo ist denn die Belegung? Nein, das hätte zu dir rüberfliegen können, durch den Wind. Durch den Wind, durch den Wind! Oh, ich hab doch... Ah! Ah, ah! Ah, ah! Da! Ah, ah! Nein! Ah! Ja! Ja! Weg hier! Ja, ich hab jetzt das Wasser geplattert! Ja, Junge! Ready! Auf jeden Fall ist es jetzt der halbte Bike erstmal! Vor allen Dingen... Ich hab mir zwei Schussbahnen! Bam! Ja! Rutsch da runter! Das ist der letzte Wurm, Alina! Ja! Ja, klar! Tönt! Sieh das! Tönt! Werfen wir mal wieder mit einer Super! Oder mit einer Granate, Domi! Werfen wir mal mit einer Granate in die Luft! Ja, Junge! Oh Gott! Ja, werfen wir mit einer Granate in die Luft! Werfen wir mit einer Granate in die Luft! Einfach in die Luft werfen! Mit irgendwas! Was? Mit der Ruhe! Ja, ja! Mit der Ruhe! Ist gut! Und jetzt guck A! A! Nicht A! Warte! Das wird sehr schön! Das wird's nicht schaffen! Netta! Keine Mütze! Oh, ihre letzte Wasserpumme! Das trifft sie! A! Ist abtischen! Du solltest jetzt mal ein Sockenpaar eine Woche tragen und dann für Dominik aufheben. Ja, mach das mal. Willst du nicht mal deine Büffel drauf nehmen? Das geht nicht. Dann muss sie nah an dir dran sein. BAM! Oh, der ist fast runtergefallen. Du musst mal ein Sockenpaar eine Woche tragen, extra für Dominik. Nö. Doch. Wer muss nicht? Das weiß, den weißen Umhander. Den Fuß. Der ganz unten. Weiter, weiter. Und ein jetzt nach... Nein, nach links. Ja. Was war das? Was war das denn? Was ist denn selbst der Stoff oder so versehentliches? Komm! Nein! Nein! Und jetzt kenne ich dich. Und jetzt werde ich gehen. Schön für dich. Ja! Ja! Sollte ich schaffen! Draupeln! Oh! Fünf Meter erleben! Fünf Meter erleben! Fünf Meter erleben! Schnauze! Holi! 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 Oder... Geh! Geh! Flieg hoch! Flieg hoch! Du musst A drücken! Nein! Nein! Nicht das! Du musst ein Jackpack nehmen! Haben wir nicht! Doch, Manni! Ja, mach mal! Was machst du? Aha! Es ist sowas eingefallen! Komm, bewege dich mal einen Schritt nach rechts... links! Gut, dann bist du tot, weil da ist nichts mehr! Ja! Das ist sowas! Das ist sowas! Haha! Das ist aber du noch lustig! Du hast die Küste zuerst! Hm? Du hast was getroffen! Yay! Kann man nicht nur was, was teleporten kann? Ja! Ein Teleporter! Ja, außer dem Teleporter! Aber wenn ich Teleporter benutze, bin ich tot mit! Ich bin ja ein Groot! 33! 23! BAM! Du hast so einen Witz! Es ist besser, Dominik! Loch in Schutz hält er nicht aus! Das nächste Runde, was der Tochter wirklich nicht tut, ist... Dominik! Guck mal, du musst das Dynamite legen! Siehst du das Orangene? Siehst du das Orangene da? Nein, siehst du das Orangene? Nein, nein, du fragst nicht! Jetzt, drück ein! Nein, nein! Nein, nein! Andere Richtung! Andere Richtung! Andere Richtung! Andere Richtung! Ja, so! Das würde ich niemals treffen! Du bist so... Du bist so... Komm, bewegt dich mal einen Schritt, mach so! Das ist einfach okay! Do we have any winners amongst you? Jetzt reicht es nicht! Jetzt kommt auch so eine Bündchen-Mobbe! Du schaffst ihn nicht! Das ist super! Tschüss! Noch ein paar letzte Brotte, Alina! Ja, bye-bye! Oh, der Wind steht auch noch gut! Warte! So reicht das? Kann ich das? Ja, kann ich das reichen? Und... Tschüss! Arschbombe! Oh, das fass explodiert jetzt noch! Tickets free! Auf meinem Garten die Feuer! Wie schön! Dominik! Dominik! Dominik, jetzt nimm mal diese orangenen Stange da! Die kann mich töten! Nein, nein! Lass ihn... 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 Lass ihn.... Lass ihn... Lass ihn... Lass ihn Dominik hochlich! Lass ihn... longtime Merci? Lass ihn... Lass ihn... Lass ihn... Legend, 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 Legend. Wollen wir nicht, du musst ein paar Schritte nach links gehen. Ich fühl's, du bist der letzte Wurm, den ich hier hab. Und jetzt angedrückt halten, angedrückt halten einfach. Und nimm Dynamit. Ja? Ja und jetzt angedrückt halten. Jetzt angedrückt halten. Komm, jetzt angedrückt halten. Komm noch ein bisschen nach rechts. Halt gedrückt! Du musst doch mal schießen. Ah gedrückt halten. Ah gedrückt halten! Ja genau so, schön. Jaaaa! 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 Kannst du mir... Er will nur, dass du dich selbst kriegst. Er ist jetzt doch tot. Weil ich jetzt was benutze in der Hölle. Ich denk dir. Ich denk dir. Ich denk dir. Ich denk dir. Deine Nase ist noch etwas geschwächt von dem besonderen, schönen Geruch von etwas. Bye-bye-bye-bye. Ich war kein Wasser im Schirm! Nein! Du bist letztens ins Wasser gefallen. Bitte sag, dass ich gewonnen hab. Nein! 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 Aber ich hab mehr Achievements. Ich hab mehr Achievements als du. Also hab ich gewonnen, mein... ...zwei. Wer mit der roten Nase macht immer Quatsch, wenn ich nicht mache. Noch ne Runde. Mh! Machen wir ne XXL-Folge Wars. Halt den Heiß eben im Mundbett. Und die Schuka-Idee. Ja, muss ich auch immer, wenn ich grad was mache. Noch ne Runde. Noch ne Runde. Noch ne Runde. Noch ne Runde. Ja, genau so! Und dann spielen wir. Oder steckst du zwischen die Beine. Du musst dir schon irgendwas ausdrücken. Ich will heute nichts anderes als zu Bons spielen. Weil mir nichts anderes einfällt. Weil du willst mit uns ja nicht Evolume spielen. Also spielen wir bloß Bons. Domi fängt an! Domi fängt an! D EIN ым NEIN! K réfle Nein, nee, Marlina. Super, Dummy. Ja, super, gell? Waffel, Waffel, Waffel. Du wirst selber sowas von sterben. Mann, alle gehen auf mich. Ihr seid solche Lutscher. Ich bin gar nicht auf dich gegangen. Ihr geht immer auf mich, weil ihr so dumm seid. Ihr seid solche blöden Eierköpfe. Ja. Du? Boah, kommt schon. Jetzt hab ich zwei... Ja, ihr seid Eierköpfe, ja? Ich? Weil du uns die ganze Zeit spielst, Emma. Ich spiel euch gar nicht. Ich hab euch noch gar nicht gespielt. Ich hab euch noch nie einfach was ausgedrückt. Ja, ich hab was ausgedrückt, aber ich hab euch nicht gespielt. Schön! Oh, schade. Äh, ich bin ein Eiersack. So, töte den Blauen. Töte den Blauen einfach. Schieß einfach mit der... Mit der... Ja, und jetzt hoch, 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 hoch. Nein, 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 nein! Das kann ich dein Ernst sein. Ja, ist okay, du Tante. Dann spiel ich nicht mal mit. Die hat gerade einen Klebel im Mund. Äh, und die kann gerade nicht mehr sprechen. Tut mir leid. Ja, immer weg auf mich, ihr Arschlöcker! Du bist gerade am nächsten dran, Alter. Du bist so ein Arschloch! So ein Hurensohn, Tantchen. Und dann putier mich jetzt mal an der Ecke. Zu meiner Basis. Jetzt kann man hier immer auf mich gefallen, soll ich die Säcke sein. Aua, 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 aua. Ich bin die Tante von Mazedonien. Aua, au, au, au. Komm mal, lass ne Granate da reinrollen. Lass ne Granate, nein, 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 lass ne... Einfach ne Granate, einfach kurz Arschloch. Du bist dumm. Du bist so dumm, Domi. Was ist denn mit der Basis? Huren! Gut, denn... Mann! Nein! Oh, ich weiß nicht. Was ist denn mit der Basis? Ja, einfach ne Granate in das Loch. Das wirst du doch wohl hinkriegen, Alina. Keine Benzinbombe, ne Granate! Hm, hm. Ja, dann mach ich das lieber. Ursache dieser kleine... Typ, der kriegt Schaden. Oh. Hey! Ja! Ja! So ist's gut. Oh, ein Grab. Oh, Wasser. So, Domi. Kleiner, verdammter, kleiner Huren. Einbrecher. Hey, it's in my face. Angebrochen. Lass mich nicht von den Angst! Hallo. So, du kannst an Benno. Jetzt hab ich keinen Baseballschläger. Wollt ihr mich an... Ach... Mach mit mir so'n Böller-Dingchen. Oh, Mann! Fick dich! Domi. Diese kleinen Huren-Söhne, nenn ich dich folge. Domi, knall auf das da oben drauf! Schieß einer mit einer Bazooka auf den 42er. Schieß! Was schnuchst du hin? So ein kleiner Huren-Söhne. Falsche Richtung. Meine Huren-Söhne. JAAAAAAAAAAAAA! pozwol wasteliger Huren-Söhne? Ich schnau! Gott, Herr Punkt. Historisch! Ich schnau mir einfach hin abajo. Schön Sheila nicht mit den Huren soĄhan gleich im Luft. Schnau. Dieser kleine Futsche! Ich schnau uns bei- Ich nenn diese Voll- Oih- Äh Diese beiden Huren so- Ganz gering! Diese beiden Huren... Ich hab das Pisschen... Bis bald wieder... Ich hab die Kürter ein. Ich hab die Kürter ein. Euer Ernst? HURENZOHN! Ich hab keinen Charme bekommen, doch die beiden schon! Nice, Hörer. Ich will euch beide gleichzeitig mit dem Baseball-Stick. Komm mir hin. Hier, dieser Käse, guck mal. Du musst nur noch arbeiten. Manu! Du Ficker-Kind! Ha, du hast... Boah, wenn meiner jetzt gestorben wäre, dann alle in die Luft gehen. Er hat ja auch mal so ganz Wasser. Kein Verständnis für diesen Horen, sondern den wenigen Würmern. Ich... Boah, kannst du auf den Siebener schießen? Das wäre euch das nett. Das kann ich nicht so gut, das musst du machen. Zieh einfach runter mit Steuerkreuz! Und jetzt schieß! Mehr musst du gar nicht machen! Ah, gedrückt halten! Das kann man nicht versemmeln! Bam! Das kann man nicht falsch machen. Der Rimmel sei zusammen! Kann nicht mal so fehlen! Oh! Ich bin Baseball! Ja, ich musste erst mal kurz im Wasser. Interessiert mich ein Arsch! Tschüssi, Lutscher! Ja! Das war eine gute Sache! Auch wenn mein Bogen ganz schön viel Schaden gekriegt hat. Aber Hauptsache dieser Lutscher da ist weg! Yes! Yes! Nein, Sir! Dive, Sir! Yes! Yes! Komm doch mit deinem Teleporter, dann schutz es dich mit Baseballschläger weg! Ist mir sowas von egal! Werf die Holi! Werf die Holi! Werf die Holi! Komm doch irgendwo hin! Nee! Das kannst du nur auch vor dich auf dem Boot stellen! Ah, ja! Er wird dir schwer machen! War nicht so schwer! Ah! Er wird dir schwer! Nein! Ah, noch zwei! Das ist dein letzter Wurm! Das ist dein letzter Wurm! Alina, teiner Tipp! Wir haben noch diese Monster-Granaten! Äh, diese Monster-Raketen-Dinger! Komm mal auf B! Du weißt, diese grünen da unter dem äh... Du weißt, was du zu tun hast, gell? Mhm! Der Zweier! Mhm! Dann ist Dominik draußen! Ja, so ist gut! Ah! Okay! Den will ja! Ja, 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 ja! Das! Das ist so was! Das ist so was! Pfff! 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 Wo ist mal los! How are I doing? Dieser L democraticer soll sich jetzt selbst hüten! Hey, Dominik! Du musst mal zwei Schritte nach äh... Rechts gehen! A ged victim! Ja! Warte, 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 warte! JETS! Jetzt, jetzt, rüber ins Telefon. Jetzt ist er weg. Der Kleine. Hey, guck mal. Lasst es einfach, okay? Okay. Mach ich jetzt auch, okay? Warte? Nein. Was nein? Ich will nicht das Spiel blöd machen. Das wollt ihr auch eigentlich gar nicht. Ja, guck mal. Mach jetzt auf. Bitte, jetzt kannst du. Nein, Dad. Ich krieg dich eh nicht tot. Ich steh dazu gut. Oh, oh. Heilige Handkanasse. Ist etwas schlecht. Ja! 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 169 Schatten. Oh, oh! 569 Schatten. Oh, oh, oh. 569 Schatten. Uh, oh, oh! Jetzt, mal. Guck mal, was ich hier fühle. Drei gegen zwei, Ungerechtigkeit. Ey, drei gegen zwei. Tschüss du Kleiner. War schön mit dir. Rutsch, 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 rutsch. Oh ja, guck mal. Man sollte runterspülen. Man sollte die Kacke irgendwann runterspülen. So ne Verstopfung. Hey, du kannst noch mal nehmen. Hier, guck mal. Die ist in die Toilette reingefallen. Sie ist gerade im Abfluss. Ja, genau. Das wollte ich ja auch nur gegen die Wand beziehen. Oh, guck mal. Was sie geschafft hat. Gar nichts. Schnell weg, sonst stirbt der Andere. Der Andere wird sterben. Ich werde jetzt die heilige Hand kann aufgedrassen. Für den Toilette. kann ich nicht nachdenken. Ich habe es nicht in die Toilette. Ich weiß nicht, nicht. Ja, ich weiß nicht. Das ist alles. Ich weiß nicht. Oh! Oh oh Nein 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 Au Das ist mein letzter Wurm der eine wird gleich sterben gleich zur Ohne Der eigentlich ist nicht tot. Also wenn der jetzt stirbt, hab ich verloren. Allerdings, du bist du jetzt erstmal. Komm, stirb. Du küsst mich nun leider gar nicht. Du kannst mich nicht töten. So many prizes. Let's play! Nein, nein, kein Scharf, kein Scharf, kein Scharf. Richtig cool. Nein, der wird auf dem Wasserschaden sterben! Der steht nicht unter Wasser. Bitte, 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 bitte. Ja! Er steht nicht unter Wasser. Er steht nicht unter Wasser. Du Lutscher. Klacke! Nein, du kannst mich voll gut avisieren. Kann man weiß nicht wie Wurmwechsel geht. Oh, guck mal, die Toilette ist explodiert. Die Toilette ist explodiert. Alina hat sich selbst getrunken in der Toilette. Mutti! Alina hat sich in die Toilette geschissen. Ich glaube, dass wir uns kennen. Hallo? Sie schmuchtelt. Noch ziehst du Kramassen? Nein, ich habe mich schmissen. Alter, nee. Das ist Aua macht jetzt. Da ist aber nichts. Nur Wasser, leider. Nein! Und wir können jetzt leider nicht sehen. Dass Alina gewonnen hat. Weil es stimmt einfach nicht. Hey! Du bist prima. Wir konnten uns ja gleich angucken. Insofern... Guck mal hier. Wir haben gerade Pause. Und... Insofern, Alina hat vielleicht gewonnen. Man weiß es ja nicht. Ach was, ich will sehen. Ich will was sehen. Hier, hier, hier. Meist erledigt die Würmer. Meist erledigt die Würmer. Alina muss doch Meister... Meister Gegner schaden. Meister schaden in einem Zug. Ich bin so cool. Okay, an dieser Stelle glaube ich. Beenden wir mal die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und bis dann! consuming die Würmer. Spelgel til bis dann! Tch. bis dann!